Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zum großen Rollenspielüberblick 2024, jetzt mit der zweiten Jahreshälfte inklusive der Games, die bis ins Jahr 2025 verschoben wurden. Wer den ersten Teil dieses Specials vor etlichen Wochen gesehen hat, im Juli, da hatte ich mich ja hingesetzt, zumindest auf die erste Jahreshälfte 2024 rollenspieltechnisch zurückgeblickt. Ich wollte das im Umkehrschluss dann für die restliche Hälfte 2024 machen. Allerdings, da gab es einige Rollenspiele, die schon ein festes Release-Datum hatten, einige Rollenspiele, die noch keines hatten und wo wir tatsächlich in den letzten Wochen sogar ein paar Verschiebungen in das Jahr 2025 bekommen haben. Nichtsdestotrotz, lasst uns an dieser Stelle mal eine kleine Vorschau machen, inklusive der Spiele, die wir jetzt schon in den letzten Wochen bekommen haben, wie denn die zweite Jahreshälfte 2024 ausschaut. Und auch da gibt es gegen Ende hin nochmal ein paar schöne Knaller, die durchaus mit den großen Games Eingangs des Jahres konkurrieren können. Bevor wir losstarten, hier ein kleiner Break und wir sind gleich wieder da. Dieses Video wird euch präsentiert von der Castlevania Dominos Collection. Nachdem wir vor einigen Jahren gleich zwei Sammlungen mit klassischen Castlevania-Spielen bekommen haben, wo sowohl alte Heimkonsolen-Hits als auch die Game Boy Advance Trilogie mit dabei waren, schließt die Dominos Collection nun die letzte große Lücke. Aufbereitet von den Retro-Spezialisten von dem Tool gibt es die drei enorm spaßigen Nintendo DS-Spiele Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin und Order of Ecclesia. Aufbereitet zum problemlosen Spielen auf modernen Systemen und inklusive vieler Einstellungsmöglichkeiten und sinnigen Features wie eine Rückspulfunktion. Als Bonus ist darüber hinaus nicht nur Haunted Castle enthalten, das originale Arcade Castlevania, sondern auch das komplette Remake Haunted Castle Revisited im schicken 16-Bit-Pixel-Look. Schmucke-Extras wie komplette Soundtracks, Enzyklopädien oder Artwork-Galerien gibt es ebenfalls. Wenn ihr euch die Dominos Collection für Switch, PC, PS5 oder Xbox Series Konsolen holen und den Kanal dabei unterstützen wollt, benutzt gerne den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Comment. Und darauf ein Gut-Beitsch! Das erste Special ging gegen Ende Juni 2024 zu Ende, deshalb blicken wir erstmal kurz auf den Juli 2024. Und da kam gleich am 5. direkt mit Trails to Daybreak ein neuerster Eintrag in der The Legend of Heroes Serie raus. Eine meiner favorisierten Serien. Ich habe gerade die Trails of Cold Steel Spiele in dem letzten Jahrzehnt sehr exzessiv gespielt. Etliche davon waren auch mein Platz 1 Game of the Year in den jeweiligen Endjahreslisten. Und ich hatte mich gerade auf Trails to Daybreak nochmal extra gefreut. Konnte da jetzt schon einige Stunden reinspielen. Leider noch nicht so in dem Umfang, wie ich es gerne haben wollen würde, weil ich einfach nicht die 100 Stunden gefühlt Zeit habe, um mich dem Vollend zu widmen. Allerdings, was mich daran nochmal gereizt hat, es gibt auch viele The Legend of Heroes Spiele und es ist ein bisschen schwierig als Außenstehender, da so den Durchblick zu haben. Hey, wo kann ich einsteigen? Wie steht das alles im Zusammenhang? Das sind ja ein bisschen so analog zur Genso-Seekoden-Serie, dann ganz große RPGs mit einer riesigen Cast, wo es viele verschiedene Länder gibt, die untereinander in Konflikten stehen. Und Trails of Cold Steel, alleine die Hauptserie, vier Einträge. Da gab es noch die Spin-Offs quasi mit den beiden Crossbell-Spielen, die wir auch nochmal bekommen haben. Und da schaut gerne meine Videos an, die ich so dazu gemacht habe. Was das Schöne an Trails to Daybreak jetzt ist, wir sind in einem neuen Land sozusagen. Das ist zwar auch dann innerhalb der ganzen politischen Geschichten da eine wichtige Rolle spielt, aber man hatte davon erst hauptsächlich gehört in den vergangenen Games. Calvert heißt es und hat so leichte Anleihen von dem, was ich bisher gespielt habe, so französisch. Man ist in der Stadt unterwegs, die sehr an Paris erinnert, inklusive in dem Äquivalent des Eiffelturms. Und dort spielt man eine Art Detektiv, der einer Mordserie dann auf die Spur kommen will. Oder besser gesagt, dem Täter hinter dieser Mordserie. Und dadurch startet natürlich ein anderes, dann weltumspannendes Abenteuer, was dann auch wieder in große Intrigen und alles einzahlen wird. Da bin ich gespannt, in welche Richtung es hingeht. Von dem, was ich bisher gespielt habe, bin ganz angetan, wie das Game ausschaut. Ich glaube, das gehört in Japan ja jetzt zu der Kuro no Kiseki-Unter-Serie, von der es auch schon einen weiteren Teil gibt, der, meine ich, auch schon angekündigt ist. Für hier in den Westen. Und das Interessante, nicht nur die Falcom-Spiele, die Studios, die die Games entwickeln, die sind, sagen wir mal, technisch nicht immer ganz vorne an der Vorderfront. Also wenn du den Titel einschaust, das ist jetzt auch nichts, was eine PS4 nicht hingekriegt hätte. Allerdings, die haben ja einen ganz eigenen Style. Und jetzt ist es alles nochmal ein bisschen detaillierter, ein bisschen bunter. Das Interessante ist das Kampfsystem, was tatsächlich dann Echtzeitkämpfe mischt mit den rundenbasierten Kämpfen, die man sonst aus The Legend of Heroes kennt, dass man durch Dungeons durchgehen kann oder Action-RPG-mäßig auf Gegner drauf hat, aber sich selbst entscheiden kann. Ab wann schalte ich in den Runden-Modus, weil dann kann ich wesentlich taktischer vorgehen. Und dieser Mischbetrieb, der ist sehr, sehr interessant. Ich hatte auch schon mal Videos dazu gemacht. Könnte das potenziell die Zukunft der Rollenspiel-Kampfsysteme sein? Weil von wegen, wir haben wieder so eine kleine Renaissance gesehen der rundenbasierten Engines, weil viele Spiele nochmal sich ja bei Persona bedient haben und anderswo, da funktioniert es ja gut. Warum sollten wir das nicht machen? Das ist ja, du musst nicht immer im Sinne der Hardcore-Action dann sagen, hey, bloß kein rundenbasiertes Kampfsystem, das kann man ja auch inklusive der taktischen Tiefe so umsetzen, dass dieser Mischbetrieb, wenn der gut funktioniert, glaube ich, könnte das echt eine Formel sein, wo man sagt, man hat einerseits den Action-Faktor, den die Leute gerne haben wollen, aber auch das Taktische, das Nachdenken, was durch ein rundenbasiertes Kampfsystem noch dazukommt. Und der Ansatz bisher, die Stunden, die ich gespielt habe in Trace to Daybreak, interessant. Behalte das im Auge, wenn ich dann beide gespielt habe, werde ich mich ein bisschen ausführlicher dazu äußern. Dann, wo ich das aufnehme, vor ein paar Tagen am 29. August 2024 rausgekommen, ist Visions of Mana, der neueste Eintrag der Mana-Serie, der Seiken Densetsu-Serie. Da hattet ihr ja vor einiger Zeit eine Möglichkeit reinzuspielen, eine Demo davon ist rausgekommen, ich selbst durfte bei Square Enix ja auch schon vorher nochmal Hand anlegen. Und Visions of Mana ist auch mit ganz soliden Wertungen jetzt hier rausgekommen, also das ist jetzt nicht, dass ihr einen 90%-Titel bekommen habt, aber für die Leute, die bereits mit den neueren Mana-Games, zum Beispiel dem Remake von Trials of Mana, dem Nachfolger von Secret of Mana, also Seiken Densetsu-3, ich will gar nicht jetzt hier wieder anfangen, sonst wird es noch komplizierter als bei Trails through Daybreak noch, was die Fortsetzung angeht. Allerdings, wir bekommen jetzt mit gutem Budget ausgestattet ein Action-RPG, sehr bunt, sehr malerisch, jetzt auch größere Locations, wo man unterwegs sein kann, und viele verschiedene Charaktere, ein Job-System, knallige Kämpfe, also so wie man das von Trials of Mana kennt, jetzt noch im besten Fall in schöner, größer und besser. Ich habe es jetzt installiert bei mir, ich habe die finale Version jetzt auch noch nicht anfangen können, also da lasse ich mich auch gerne überraschen. Ich mochte Trials of Mana echt gerne, wobei das natürlich unter gewissen Restriktionen gelitten hat, in Anführungsstrichen, oder davon befangen wurde, einfach weil es ein Super Nintendo-RPG war, was man dann ein bisschen so in die Moderne gebracht hat, wie die Level so hintereinander gehen. Wenn das Spielgefühl und wie so das Job-System funktioniert und die Attacken im Echtzeitkampf-System so hintereinander gehen, wenn das so wie bei Trials of Mana passt und gegebenenfalls die Story auch halbwegs interessant ist, wobei ich da schon eher Gegenteiliges gehört habe, dass die Story vielleicht eher so der Schwachpunkt sein soll, muss man mal gucken, je nachdem. Ich denke, gerade bei den Mana-Spielen ist die Story mehr so ein bisschen Begleitwerk, um natürlich auch das Gameplay und das Erkunden der Welt dann einen vorzubereiten. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn die Story tatsächlich auch mal ganz gut ist. Nichtsdestotrotz, das Ding ist jetzt rausgekommen, ich werde es mir auf der Playstation 5 angucken und für Mana- und Action-RPG-Fans, die haben, glaube ich, jetzt schon mal gut was zu spielen. Das nächste Game ist für den 11. Oktober angesagt und da habe ich tatsächlich ein Video für euch in Mache, weil ich konnte das auf der Gamescom anspielen, deshalb will ich jetzt hier nicht so sehr ins Detail gehen, aber Metaphor Re Phantasio, das neueste Spiel der Persona-Leute, also ein großer Teil der Leute, die an den bisherigen Persona-Spielen im letzten Jahrzehnt dann gearbeitet haben, die haben ihr von Persona zu einem Teil inspiriertes, aber eigenes Fantasy-RPG mit Rittern, Elfen und so weiter zusammengebaut, mit einer ganz speziellen Grundlage der Story, dass der König wird ermordet und man selbst als Hauptcharakter versucht eine Party, um sich drum herum zu scharen und quasi die Wahl zum neuen König zu gewinnen, wenn man das so zusammenfassen möchte. Das alles in einem komplexen politischen Gefüge und knalligen Kämpfen im Rundenmodus hier, wie wir es von den Persona-Games kennen. Nicht exakt wie bei Persona, was die einzelnen Elemente angeht, aber von dem, was ich gespielt habe auf der Gamescom, haltet der Ausschau auf das zweite ausführliche Video, was ich dann nochmal zu Metaphor Re Phantasio mache. Das hat schon sehr viele Ansätze von dem, wie Persona funktioniert hat, aber eben und dem Blickwinkel, wie so ein Fantasy-RPG funktionieren kann. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Farbe, die von den Persona-Leuten nicht bespielt wurde, das Stylische, inklusive mit dem Fantasy-Ansatz und nicht in einer reellen Hier-und-Jetzt-Feld, wie es häufig bei den Persona-Games ist, inklusive geregelten Tagesablauf und bestimmten anderen Elementen, die mit dazukommen. Würde ich fast sagen sogar, was die großen RPGs angeht, für die zweite Jahreshälfte, mein Favorit in der Hinsicht, dass ich mich darauf am ehesten freue. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail, was die einzelnen Sachen angeht, aber haltet da Ausschau auf mein ausführliches Video und da will ich nochmal ein bisschen detaillierter sprechen, was euch erwartet und wie das ungefähr im Spiel umgesetzt wurde. Wenn Metaphor Re Phantasio raus ist und einige Tage vor Metaphor Re Phantasio kommt auch noch das Heintel 2 Remake raus, also da werde ich eh ganz gut beschäftigt sein, aber ich hoffe, dass ich mit Metaphor allerspätestens am 25. Oktober 2024 durch bin, denn dann erscheint die westliche Fassung von East 10 Nordics. Die East Serie, natürlich auch mittlerweile im Westen durchaus bekannte Action-RPGs um den Weltenbummler Adol mit den roten Haaren. Wir hatten ja zuletzt vor etlichen Jahren East 9 dann gehabt, Monstrum Nox, was ich persönlich auch sehr, sehr gut gefunden habe. Das hat mir echt fangemacht, fast ein fantastischer Soundtrack, ey. Der halt heute noch bei mir nach, wo man in Echtzeit rumläuft, da quasi richtig schön Parkour-Traversal machen konnte. Und das finde ich immer schön bei den East Games, die wissen, wie so Action-RPG mit Abwechslung und guten Kampfsystemen funktioniert. Auch weil es ein Spiel wieder von Falcon ist, was wir für Legend of Heroes Trace to Daybreak erwähnt haben, erwartet auch hier nicht der Technik-Letzter Schluss. Könnte auch so ein PS4-Spiel sein. Ich habe ganz kurz in die japanische Demo-Version mal reinschauen können. Die ist inklusive der japanischen Version ja auch schon seit einem Jährchen erhältlich. Also in der Theorie könnt ihr jetzt schon reingucken. Oder vielleicht, wenn ihr das Video seht, ist vielleicht nochmal eine westliche Demo rausgekommen. Da würde ich mich auch nochmal drüber freuen. Allerdings, ISC Nordics bringt Adol jetzt in eine Gegend, die so ein bisschen von, ja, nordischem Design, ich will jetzt nicht Wikinger per se sagen, aber zumindest sollst du dich daran erinnern, der davon informiert wurde. Und in so einer Art von Setting war Adol bisher nicht. Und das bisherige, was ich da mitbekommen habe, in den letzten Spielen hatten wir ja oft so einen Dreiergespann an Charakteren, wo man sich seine Party zusammengestellt hat. Und die hatten, je nachdem, wie man es so gemacht hat, unterschiedliche Angriffsfähigkeit. Man konnte immer zwischen denen durchwechseln. Jetzt hat man wohl zwei Charaktere, Adol und eine weitere Person, die mit einer Art Kette miteinander verbunden sind. Das Knuckles Chaotix unter den Ys Games, was glaube ich auch nochmal das Gameplay anpassen sollte. Meine Erwähnung oder Erläuterung zur Grafik, das soll jetzt auch wahrlich nicht heißen, dass es ein schlecht aussehendes Spiel ist. Von dem, was ich bisher von der japanischen Version gesehen habe, würde ich auch sagen, rein technisch gesehen ist es das Top-of-the-Line Ys Game, was wir hier bekommen werden. Ich weiß immer, Ys hat die Chance, das Potenzial mich zu packen. Ich freue mich auf die Gameplay-Loop, ich freue mich auf den Soundtrack. Ich freue mich einfach, mich da reinfallen zu lassen, einfach Gegner zu zerslashen und Puzzles in den Dungeons zu lösen. Und ja, an sich, das, was ich von der Japan-Version gesehen habe, sieht vielversprechend aus. Und wenn es für mich den Spielspaß von Ys IX, Monstrum Nox, dann erreicht, dann haben wir, glaube ich, alle mehr als gewonnen, vor allem ich, weil ich mochte Ys IX. Hey Ys X, hoffen wir mal, dass du nicht so lange dauert und ich dann eine knappe Woche später fertig bin, denn dann haben wir auch endlich das Release-Datum mitbekommen von Dragon Age, The Veil Guard, Veil Guard, glaube ich, wird es ausgesprochen, am 31. Oktober 2024 zum Halloween-Feiertag. Wobei, was ist der Reformations-Tag hier, wo wir eh frei bekommen? Also immer ganz gut zum mehr RPG-Release sowieso nicht arbeiten zu müssen dann unbedingt. Sehr interessant, Dragon Age, das ist so eine Serie, für mich persönlich, ich finde den ersten Teil am besten. Der war ja 2009, meine ich, rausgekommen. Das galt ja so ein bisschen als, hey, die Leute bei Bioware, wir haben zwar nicht mehr die Lizenz zu Baldur's Gate, zu den ganz alten Originalen auf dem PC, aber wir wollen so ein bisschen einen modernen Take in Richtung Baldur's Gate machen mit unserem eigenen Franchise, da gab es ja auch noch eine sehr große Varianz mit den Startervölkern, die man hatte, dass du in ganz unterschiedlichen Locations losgehen kannst. Da ich nie ein großer Baldur's Gate-Spieler früher auf dem PC gewesen bin, kann ich nicht so die Vergleiche heranziehen. Wo habe ich Dragon Age das erste damals gespielt? War es die Xbox 360? Es müsste auf einer Konsole gewesen sein, wobei die PC-Version, ich glaube, da habe ich auch länger reingeschaut, weil ich damals für Game 1 den Beitrag im Fernsehnetz noch mal betreut habe und vielleicht angetan davon, mir persönlich gefällt von Bioware, dem moderneren Bioware für die damalige Zeit eher Mass Effect, um einiges besser, weil das einfach so mehr Mindsetting ist und mit dem Action-Gameplay, was noch dazu kommt, ein bisschen anders als wie bei Dragon Age funktioniert. Ich habe nie so richtig die Zeit investiert in Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition, also den dritten Teil. Inquisition mal ein bisschen reingeschaut, Dragon Age 2 ist ja oft als das Spiel verschrieben, das so eher, hm, verschlimmbessert das, was der erste Teil gemacht hat und die Serie hat sich nie so richtig wieder recovered. Das Inquisition kam zum Launch der PS4 raus und müsste ein Cross-Gen-Titel, meine ich, gewesen sein, aber hat da auch sau viele Game-of-the-Year-Preise dann abgestaubt zu einem Teil, weil nicht so ultra viel Konkurrenz da gewesen ist, aber muss natürlich auch ein sehr, sehr gutes und beliebtes Spiel sein, damit zumindest diese ganzen Game-of-the-Year-Awards dazu in der engeren Auswahl steht und dann letzten Endes auch bekommt. Ja, ich will es nicht Mass Effect mit Fantasy-Design nennen, es hatte ja auch nochmals, dass dann viele Beziehungen oder eine Art, wie das Verhältnis zwischen dir und den Partymitgliedern dann sich entwickelt über das Spiel, gerade in den späteren hat das so einen Einfluss. Sagen wir es so, dadurch, dass der erste Teil mir so gut gefallen hat, hat Dragon Age so eine gewisse Art Stein bei mir im Brett und ich bin auch gespannt auf The Vale Guard, ein nicht besonders geiler Titel, der hier gewählt wurde, das rollt nicht so gut von der Zunge, ne? Kannst du auch Dragon Age 4 oder so sagen können, bis dann die ganz, ganz großen West-Fantasy-RPGs erscheinen. Ich glaube, Dragon Age hat das Potenzial, das ist wirklich, wenn die das richtig hinkriegen mit Wie ist die Gameplay-Loop? Funktioniert es mit der Story? Was ist mit der Beziehung der Charaktere untereinander? Oder sind die Maßstäbe, die Leute durch ein Baldur's Gate 3 zum Beispiel jetzt ansetzen, wenn Dragon Age mit dem vierten Teil in nicht diese Hardcore-RPG, aber trotzdem zugängliche Art wie Baldur's Gate 3 geht? Weil ich glaube, ohne Baldur's Gate 3 würden diese Spiele nochmal anders bewertet oder anders in den Kontext gesetzt werden. Wir haben bisher ja so ein bisschen was zu dem Spiel gesehen. Ich will mir auf jeden Fall da mal die Gelegenheit für nehmen, Meteor Oktober ist rappelvoll mit großen, großen RPGs, aber ich hoffe immer, dass durch E-Szenen, wenn ich da durchballere, dass ich für Dragon Age dann bereit bin, um das entsprechend zu spielen. Aber wenn ich weiter in meine Liste blicke, gleich in November kommen auch nochmal zwei große Brecher. Das wird nicht viel weniger werden. Nichtsdestotrotz, ihr könnt in die Comments mal reinschreiben, wie ihr zu The Vale Guard steht. Ist es was, was von euch einfach als Fan der Serie dann heiß erwartet wird? Oder ist es etwas, wo tatsächlich solche Spiele wie Baldur's Gate 3 irgendwie so den Glanz vorab davor genommen haben, wo sich das Spiel und die Serie dann neu beweisen muss. Nichtsdestotrotz, 31. Oktober 2024, nach aktuellem Stand, The Dragon Age The Vale Guard. Wenn ich dann vom November gesprochen habe, da haben wir am 7. November Nintendo Switch am Start, und zwar mit Mario & Luigi Brothership. Überraschend ja angekündigt vor ein paar Wochen, wo ich das Video hier zumindest aufnehme, wo dann so das restliche Line-Up der Nintendo Switch bekannt gegeben wurde. Wir haben in der Zwischenzeit, wenn wir schon da im November sind, im September, gab es zumindest, oder zumindest, wo ich es aufnehme, wird es das geben, weil da habe ich es noch nicht gesehen, aber Echoes of Wisdom, neue Legend of Zelda Spiel, wo man Zelda dann selber spielt dabei. Und das wird zum Beispiel einer der Titel bekannt gegeben wurde. Aber auch, dass wir ein neues Mario & Luigi RPG bekommen werden. Vollwertig auf der Switch, kein Remaster, kein Remake von dem alten Teil. Interessant auch in der Hinsicht, dass wir zu einem mit Paper Mario 2 das Remake, Remake, Remaster von einem der besten Spiele aus der damaligen Ära bekommen haben, was aber auch quasi das Konkurrenzprodukt oder die Schwester-Serie, die Bruder-Serie von Mario & Luigi gewesen ist. Die Paper Mario-Spiele, die eine Art von RPG. Die Mario & Luigi-Spiele mit so zwei Koop-Charakteren, die man selber aber steuert. Die andere Art von Runden-basierten RPG. Nur haben wir davon lang nichts mehr gesehen, weil ja Alpha Dream, das Team dahinter, geschlossen wurde. Vor längerer Zeit, die sich hauptsächlich darum gekümmert haben. Ich weiß jetzt nicht, ob mittlerweile bekannt steht, wer Brothership jetzt macht. Das andere Trailer ganz cool aus, ja. Und ich glaube, gerade mit der neuen Optik und wie das so zusammenkommt. Und die haben ja auch ein gewisses Niveau, was erfüllt werden muss, was so die Dialoge angeht und die Puzzles und die Spielbarkeiten, die Gameplay-Tricks und so weiter. Da sah eigentlich alles sehr vielversprechend aus und ja, ich hoffe, dass das neue Team, was da dran sitzt, der Legacy, ja, so dem Nachlass von Alpha Dream dann auch gerecht werden kann und dass das ein schöner Rollenspiel-Abschluss für die Switch dann werden wird am 7. November. Dann last but not least, zumindest für die Sachen, die nicht verschoben wurden ins Jahr 2025, die ich vorher hier auf der Liste hatte, haben wir das Dragon Quest 3 HD 2D Remake. November der 14. ist es soweit. Wir haben ja auch schon erfahren, dass einige Zeit später auch das Remake von Dragon Quest 1 und 2 kommen wird. Andersrum jetzt beim Release gelegt, weil Dragon Quest 3 ist ja auch storytechnisch, da wird Square nicht müde, das noch denn zu erwähnen. Storytechnisch spielt es vor, Dragon Quest 1 und 2. Da gibt es den, wenn man in der chronologischen Reihenfolge das veröffentlichen möchte, die in HD 2D-Look, wie wir es bei Live-A-Live oder Octopath Traveler haben, zuerst mit dem dritten Teil rauszugehen und dann in Combo Teil 1 und Teil 2 als Spiel nochmal einige Monate später weiterzuführen. Ich habe in der Zwischenzeit das Spiel mehrfach spielen können, einmal ja in der Einspielsession bei Square. Vor etlichen Wochen und Monaten, da habe ich euch ein Video gemacht auf der Gamescom, konnte ich da nochmal reinschauen und da stehen gewisse Details immer noch unter Embargo, was ich da gesehen habe, zumindest rein gameplaytechnisch inhaltlich, wo ich aber auch für dieses Video nicht unbedingt drauf eingehen muss. Ich kann das wiederholen, was ich bei dem ersten Preview-Video gesagt habe. Dieses Spiel kann sehr gut aussehen, insbesondere wenn man vielleicht nicht unbedingt auf der Switch spielt, weil ihr dann auch hohe Framerates auf den anderen Geräten bekommen könnt. Und dieser HD 2D-Stil, der poppt einfach von der Grafik. Das sieht teilweise echt hübsch aus mit den Pixel-Figuren, wie sie in der 3D-Welt da rumlaufen und es passt wirklich wie die Faust aufs Auge für Dragon Quest. Und auch der dritte Teil ist eben etwas, es ist rein chronologisch der Urvater-Serie, wie schon erwähnt. Also damit bekommt man den Einstieg-Einstieg, bevor dann irgendwelche Zusammenhänge in anderweitigen Storys und Geschichten dann nochmal erkennbar sind. Die haben sich viel Mühe gemacht mit der Lokalisation und es ist immer noch ein Spiel, von der ersten Gameplay-Session ausgesehen, was versucht recht akkurat, dieses alte NES, dieses alte Famicom-Spiel dann in die Moderne zu bringen. Nicht, dass du ein NES-Spiel mit modernem Kleid da hast, aber es wirkt schon ein bisschen simpler aufgebaut als modernere RPGs oder die Dungeons fühlten sich von dem, was ich gespielt habe, nicht so aufwendig an. Das soll jetzt nicht schlecht das heißen, aber ihr müsst auch eine gewisse Oldschool-Mentalität haben, was das Gameplay da angeht. Es fühlt sich nicht an, zum Beispiel wie Octopass Traveler oder wie Live Alive, die dann teilweise komplett neue Systeme mit reingebrachten. Und Live Alive war auch noch die sieben RPGs auf einmal Geschichte, wo man ganz viele unterschiedliche Systeme hat. So fühlt sich Dragon Quest 3 HD 2D nicht an, sondern wie ihr es vertraut seid von Dragon Quest, aber mit der entsprechend hübschen Optik. Und es könnte für mich, auch wenn ich lieber die Heim-Version bevorzugen würde wegen der Framemate, das könnte tatsächlich so ein Switch-Spiel für mich sein. Na gut, Steam-Deck kann man natürlich auch mitnehmen, da hat man das Beste von beiden Welten, flüssige Grafiken und trotzdem nochmal unterwegs. Aber sowas wäre, ich packe es auf die Switch rauf und dann spiele ich immer peu à peu. Hier mal ein kleines bisschen, da mal ein kleines bisschen. Und Dragon Quest 3, ich glaube nicht, dass es von dem, wenn ich es extrapolieren kann und uns schätzen kann, wie es von meiner Erfahrung bisher dann insgesamt da ausschaut. Mich würde es wundern, wenn es so ganz, ganz oben als Game of the Year bei euch da draußen landen wird. Es gibt bestimmt einige, die es dann da ganz, ganz oben machen. Aber man darf natürlich sehr gerne honorieren, was Square mit diesen Spielen vorhat. Und von dem, was ich gesehen hatte, in der ersten Session und alles, und auf inhaltliche Details einzugehen, das ist auch etwas, worauf ihr euch absolut freuen könnt. So, die nächsten Sachen machen wir mal zusammenhängend, jetzt hier gleich. Die hatte ich an sich hier bereits in diese Liste geschrieben, als ich sie zuerst gemacht habe. Allerdings, jetzt in der Zwischenzeit, habe ich glaube ich ganz gut daran getan, noch kurz zu warten, sind offiziellere Daten 2025 bekannt geworden. Also Verschiebung für die entsprechenden Games. Da stand manchmal, ey, das kommt 2024 raus oder gegen Ende 2024 oder drittes Quartal und so weiter. Da steigen wir mal ein. Ihr seht es im Hintergrund schon, Kingdom Come Deliverance 2. Jetzt steht fest, der 11. Februar 2025 wird es soweit sein, wenn der Release da ist, nach aktuellem Stand. Aus dem Jahr 2024 dahin verschoben. Natürlich auch ein hoch erwartetes Game. Da gab es ja auch die ganzen Trailer, die man vorab gesehen hat. Ich kann euch nicht zu viel dein eigenes an Erfahrung da weitergeben, weil ich den ersten Teil nicht wirklich gespielt habe. Besitzt den auf x-fach Plattformen. Aber es hat mich nie so gereizt, da wirklich Zeit zu investieren. Kingdom Come Deliverance im zweiten Teil. Das sieht auf jeden Fall schon mal aufwendiger, einnehmender aus. Ich fand es überraschend, dass die so ein bisschen auf so eine Art Humorfaktor da gehen bei den Spielen. Ich hätte es das ein bisschen ernsthafter eingeschätzt. Nicht, dass es ein Parodie-RPG wird. Oder wenn ihr es so seht wie bei Trailern, die wir zum neuen Fable zum Beispiel bekommen haben. Das ja vollends diese Comedy-Nummer schiebt. So ein bisschen wie der Dungeons & Dragons Film, der letzte, der in die Kinos gekommen ist, der sehr gut war. Ich hatte so einen leichten Vibe beim Kingdom Come Deliverance 2 Trailer. Das ist nicht nur ernsthaft ernsthaft, sondern es kann auch mal ein bisschen lockerer sein, was es angeht. Ich denke, eine große Konkurrenz oder man wird es vielleicht so in Konkurrenz setzen wollen, auch wenn es anders aufgebaut ist. Ich musste immer so ein bisschen an The Witcher denken oder The Witcher 3. Und das ist auch schon zwar sehr viele Jahre her, aber es ist natürlich auch ein Ausnahme-RPG, mit dem man sich messen muss. Und gerade weil Kingdom Come Deliverance jetzt auch im zweiten Teil extrem auf eine PC-Fanbase nochmal abzielt, wird natürlich auch auf PS5 und Xbox Series Geräten. Dann rauskommen hier keine Last-Gen-Versionen dafür. Da war ein großer Stand direkt neben unserem RBLV-Stand in Halle 9 auf der Gamescom. Da war immer so vorbeigegangen, fasziniert reingeschaut. Aber ich glaube, ich werde konkret das reinschauen, wenn es am 11. Februar soweit ist, und gucken, was da so dran ist, wo ich tatsächlich was sehen konnte. Und da wurde der Release jetzt mittlerweile auf den 18. Februar 2025 dann festgelegt, nachdem er auch vorher gegen Ende 2024 verstand. Aber About, das neue Spiel, das neue Ego-Perspektiv in der RPG von Obsidian Entertainment, also die Leute, die Fallout New Vegas gemacht haben, oder die Outer Worlds sind ja mittlerweile unter den Fittichen von Microsoft. Die machen ihr eigenes Skyrim-Elder Scrolls-artiges-Fantasy-RPG mit einer eigenständigen Story. Ich durfte mir, ich durfte leider nicht spielen auf der Gamescom, aber eine ausführliche Live-Präsentation dann anschauen, wo ein kompletter Dungeon quasi gemacht wurde mit den ganzen moralischen Choices, die man wählen konnte, wie das Kampfsystem so in Echtzeit funktioniert. Hatte so ein bisschen teilweise was von Harry Potter kämpfen, weil man mit so einem Zauberstab rumgelaufen ist, je nach Klasse, die man hatte. Was ich da schon ganz gut fand, dass die Dungeons ein bisschen verschlungener und rätsellastiger waren, keine Zelda-Dungeons, aber du bist nicht nur einfach, oh, da sind zwei Abkürzungen, ich nehme mal links und mal rechts, und dann sehen wir schon, was passiert, sondern wie das dann verbaut wird. Ich hatte durchaus sehr starke Vibes, eine sehr starke Stimmung in Richtung Elder Scrolls dann bekommen. Alles ein bisschen bunter. Ich glaube, das liegt noch in einem anderen RPG-Universum noch zugrunde, was so quasi die Vorlage war von Obsidian Entertainment aus ihren eigenen Reihen. Mir fällt jetzt der Name nicht konkreter, das werde ich natürlich in den Comments nochmal ergänzen. Also es gehört wohl schon zu einem etablierten Universum, aber von dem, was ich gesehen habe, sieht wie ein großes, buntes, nur anderes Elder Scrolls-Game aus. Und solange wir kein Elder Scrolls 6 bekommen oder Bethesda eben auch noch mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist und das nicht kommen wird, wird ja auch ein Game Pass, meine ich, dann direkt drin sein. Und ich werde es auf jeden Fall auf der Series X spielen, wenn es soweit ist. Das 18. Februar klingt auch ganz gut für so eine Art von Game und ich vertraue in sowas eigentlich. Obsidian Entertainment, die können ihre Sache schon gut. Bin auch gespannt auf The Outer Worlds 2. Hoffe, dass das so die Kritikpunkte, die ich am ersten Teil hatte, noch so ein bisschen ausmerzt. Aber das ist etwas und ein Thema, über das wir sprechen werden, wenn es dann soweit später ist. Wo zumindest kein fixes, fixes Datum bekannt steht, aber wo gesagt wurde, bis zu welchem Datum es rauskommen kann, ist das Gothic Remake, das Gothic 1 Remake, soll zum Ende des aktuellen Fiskaljahres erscheinen, also bis zum 31. März 2025, könnte es kommen, bevor das nächste Fiskaljahr anfängt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwo, ja, relativ zu Beginn, zumindest 2025, dass sie eventuell nicht ganz bis zum Ende März dann warten. Ey, Gothic, eine Serie, habe ich an einer anderen Stelle ausgeführt, an mir vorbeigegangen. Häufiger ist nicht etwas, was ich so unbedingt spielig fand. Faszinierend zu sehen, was für eine große Liebe natürlich von den Leuten für diese Serie übrig ist, die das auf dem PC in ihren formativen Jahren erlebt haben, mit den Freischnauze-Dialoge und der großen Welt, die man erkunden kann. Und auch die Bugs, die natürlich dabei waren, wobei gerade spätere Gothic-Spiele noch bugverseuchter waren als der erste Teil. Wir haben ja auch alle nochmal einen Speedrun gesehen. Und es ist immerhin das Gothic 1 Remake und nicht das Gothic 3 Remake. Hören wir erstmal aufpassen und gucken, wie das dann funktioniert. Was ich von den Trailern und Teasern gesehen habe, so, das ist auf jeden Fall etwas, dem ich nochmal eine Chance geben möchte, vor allem an den neuen Aspekten. Es gab mal eine Demo vor etlichen Jährchen, aber ich glaube, das war mehr so von wegen, das hat nicht groß was mit dem Spiel zu tun, was wir jetzt bekommen. So eine Art, wie wir, wir testen mal, ob die Leute Bock drauf haben. Das war nicht so besonders geil, die Demo dort. Aber das, was man hier gesehen hat, dass so diese große Welt, Gefängnisinsel und der ganze andere Kram, der so, oder die Gefängnis-Untergrundinsel, wie auch immer, was bei Gothic gewesen ist, der ganze andere Kram hier wieder Anwendung findet. Lebendige große Welt, in der man unterwegs ist, wenn es mit dem Kampfsystem noch funktioniert und das Gothic-Gefühl dann überbleibt. Ja, warum nicht, würde ich auch persönlich sagen. Und wir werden ja sehen, wann dann der finale Release sein wird. So, und dann war's das erstmal. Kleine Vorschau eben auf das, was 2024 RPG-mäßig noch kommen wird, von größerem Interesse. Es gibt natürlich auch viele, viele kleinere, die dazwischen eingestreut wurden, ein bisschen nochmal mehr Special Interests sind. Aber das sind die, die mir so ins Auge gesprungen sind. Und auch wenn's nicht diese ganzen Verschiebungen mit Kingdom Come, Deliverance und The Vault und Gothic dann ins Jahr 25 gegeben hätte, das hätt's natürlich nochmal ein bisschen stärker gemacht, das Line-Up. Nichtsdestotrotz schlägt sich echt gut gegenüber der ersten Jahreshälfte. Und da wird's nochmal echt spannend sein. Also, ich muss echt für mich selbst gucken, wie viel Zeit kann ich investieren, um noch 2024 viele von diesen RPGs durchzuspielen. Ein paar, da werde ich auf jeden Fall ordentlich prügeln, auf die Art, damit ich mir auch die Zeit nehmen kann, und da ordentlich, ordentlich in die Spiele dann zu investieren. Weil ich einfach oft Bock drauf habe. Aber es sind natürlich auch viele andere Games, die gerade anstehen. Silent Hill 2 Remake haben wir zum Beispiel genannt. Und anderen Krams, der noch rauskommt. Aber ich glaube, dass dieses Jahr meine Top-20-Liste gegen Ende 2024 sehr populiert sein wird, sehr vollgestopft sein wird mit vollwertigen, großen RPGs, was man ja nicht immer in den letzten Jahren gehabt hat. Und es ist ganz schön, dass wir tatsächlich auch mal so ein starkes Rollenspieljahr bekommen, nach dem schon starken Rollenspieljahr 2023, angeführt von Baldur's Gate 3, oder für bestimmte Leute, auch vor allem, wenn es die 16 und so weiter. Also, da gibt's eh, da beißt die Maus keinen Faden ab, ja. Wir werden auf die eine oder andere Art, je nachdem, was für Rollenspiele wir mögen, dann immer was nochmal zum Zocken haben. Ich befürchte fast, dass es auf lange Sicht, selbst mit den Verschiebungen ins Jahr 2025 rein, dass wir nicht wieder so ein buntes, buntes Portfolio bekommen werden. Weil jetzt sollte die letzte Charge an Titeln, die durch Covid verschoben wurden, so, ja, nach langjähriger Entwicklung, jetzt kommen sie dann nochmal raus. Viele Studioschließungen und den ganzen anderen Kram, den wir gehabt haben. Wo sollen die neuen Spiele entstehen, die in der Masse dann in den nächsten Jahren dann rauskommen werden? Ich weiß es nicht. Im Moment, mich wird's freuen, wenn zumindest zu einem Teil so ein buntes Rollenspielangebot noch aufrechterhalten wird. Aber auch wenn's nicht wird, werden wir wahrscheinlich an den Spielen, die 23 und 24 released wurden, dann, pff, ein bisschen alle Puppen dann spielen können. Also Leute, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und das war die zweite Hälfte des Jahres-RPG-Specials. RPGhaven.de für Videos in der Art. Blauschangriff.de für Podcast-Version, wenn's passt. Supportet mich gerne, patreon.com.rpghaven oder steadyhaq.com.rpghaven. Macht's mir möglich, solchen Content wie hier zu machen. Großer Dank an alle, die's machen. Und checkt gerne mein aktuelles Buch aus, die große Bucketlist des Gaming. 100 Spiele, die man in seinem Leben gespielt haben muss. Überall, wo es Bücher gibt, unter anderem auch der Link in der Videobeschreibung. Und auch hier sage ich danke für die Leute, die sich bereits eins geholt haben. Ich sage danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.